Guten Morgen! Lockdown nennen wir das heute. Ab jetzt gibt es bei uns den Abhol-Bestell-Service. Alles ist möglich weiterhin. Wir möchten Ihnen helfen, Ihre Lieben zu besuchen, ob es auf dem Friedhof ist oder mit den herzigen Wünschen der winterharten Torfmyrte bzw. guckt, da haben Sie schon wieder die wildalten Feicheln eingeschlichen. Auch Sie möchten sich im Garten bei Ihnen verewigen. Freude soll überall aufkommen. So gibt es dann auch die Zaubernüsse, die im Winter blühen. Wintergrüne Schneebälle, Winterjasmine. Wow! Da gibt es doch noch eine Möglichkeit bei Schöbels, denn abholen und liefern und bestellen, alles ist möglich. Auch Christrosen, auch diese schönen Kalikapa, die Liebesperlen zu Weihnachten. Schau vorbei! Die ersten Schneeglöckchen, Tulpen, Hürzinten, immergrüne Skimmien und Blumenpräsente. Blumenpräsente für Ihre Liebsten. Blumenpräsente für die Liebsten. Keiner möchte ausgelassen werden. Auch im Altersheim dürfen Sie etwas vor die Tür stellen. Oder noch eine schöne blumige Dekoration auf den Tisch. Der Weihnachtsstern, klassisch, sollte nie fehlen. Und für den Wildliebhaber natürlich auch die ganze Schar an Rentieren. Das weißt du doch auch, dass die Vogel weiterhin gefüttert werden müssen. Selbst wenn sie nur an Ilex gehen, gerne. Guck mal, das ist ja ein gedrehter, wunderschöner Ilexbaum. So, schauen wir doch einfach mal hier rum. Ah, da wird uns sogar alles eingepackt noch schnell. Und dann haben wir kleine Pflanzenarrangements zu entdecken. Ach, ist das allerherzige. Ja, die Duft- und Wandelgärtnerei hat sie vorbereitet auf den Lockdown, denn wir hatten ja schon im Frühjahr die Probezeit. Und nun versuchen wir, alles möglich zu machen. Bestellen Sie. Tun Sie. Machen Sie. Bis bald. Im Internet oder per Telefon 05 845 237. Bis bald. Tschüss.